PVP! PAD! Wo ist es? PAD! Die Kamera? Hallo! Oder die? Oder die? Oder die? ActRazor! PVP! Nummer 4! 2 zu 1 steht es für mich? Ist das die Entscheidung? Ne. Okay, also ich mache jetzt aus den 2 zu 1 für dich ein 2 zu 2. Sagt man da für mich? Oder ist eigentlich egal? Für uns! Für uns! Und wir spielen ActRazor, weil PAD und ich haben schon mal Soul Blazer gespielt. Und jetzt spielen wir ActBlazer und SoulRazor. SoulRazor? SoulRazor, eigentlich. Ja, worum geht es da? Man ist ein Schissel und schnetze mit seinem Schwert irgendwas ab. Die Munde, genau. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja, das ist völlig geil. Und wir haben uns gedacht, sonst hatten wir die Spiele immer abwechselnd gespielt, beziehungsweise einzeln aufgenommen und dann schön abwechselnd irgendwie, das weiß du nicht. Aber diesmal sitzen wir halt voll nebeneinander. Okay. Und diesmal spielen wir halt wirklich so Seite an Seite. Ich spiele auf diesem Fernseher, was ihr nicht seht und Nico spielt auf diesem Fernseher, was ihr nicht seht. Und wir haben da eine Kamera und wir haben... Und da, da. Aber mein Fernseher hat die knalligen Farben, würde ich sagen. Guck mal, das ist voll knalliger. Aber deiner hat die bessere Auflösung. Ja, und vor allem, deiner ist auch noch größer. Eigentlich müsste ich da stehen. Natürlich ist meiner größer. Okay, wir spielen das Spiel auf Aktionsmodus. Auf Anfänger. Auf Anfänger. Auf Anfänger. Auf Anfänger. Und wir haben ein Continue frei. Ja, genau. Damit das nicht sofort vorbei ist. Möge die Bestie gewinnen. Die Bestie gewinnt. Drei. Also wenn... Scheiße, wenn du jetzt gewinnst, ne? Dann ist bestrafelig. Bestrafelig. Auf drei. Eins, zwei, start. Oh, ich war schneller. Reset. Die Sekunde, ne? Fillmore. Fillmore, erster Teil. So, wir waren das hier. Spring und Hound mit Y-Lonen. Y-Y-Lonen? Ey, was machen wir eigentlich, wenn ich jetzt... Wenn du jetzt ein Continue brauchst, aber ich in meinem ersten Durchgang weiter war, als in meinem zweiten Durchgang. Welcher zehnten? Der, der am weitesten? Der, der insgesamt am weitesten kam. Okay. Ich bin schon fast tot, ne? Sag doch, so was. Ich rübergucke und er hat noch drei Striche gerade mal weggekommen. Wie gerade mal weg. Hast du bis... Ja, du hast gesagt, du bist fast tot. Ich bin sofort ausgängig, dass du fast tot bist. Ich bin fast tot. Drei Striche. Man hat ja nur so... Wie viel hat man denn? Oh Gott, ich traue mich hier nicht unter. Ich traue mich hier gar nichts gerade. Da oben ist ein Ding. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich habe hier so einen Baum entdeckt. Ja, die musst du... Ah, was muss ich mit dem Kopf abhauen? Köpfer bauen? Kopf abhauen. Abhauen. Hast du den schon gehabt? Ja. Ah shit, ich muss den sogar töten. Ja. Oh Mann, nee, so ein... Und wir haben Zeitlimit, ne? Oben, Mitte. Oben, Mitte. Wo dann? Ja, komm, das sind wir... Wir haben Zeitlimit, oben, Mitte. Wo denn? Welche Mittel? Oh, nee, ich gehe jetzt hier weiter. Aber ich denke, wir haben... Ah, ich habe einen Apfel gefunden und der Apfel, der hat mich geheilt. Musstest du das? Ich merke, der Pat ist konzentriert. Der Pat ist schon viel weiter als ich, ne? Ah, ich bin tot. Du bist tot. Ja. Oh shit. Damit habe ich jetzt nur nicht gerechnet. Ja, da wolltest du zu früh zu viel. Oh, warte, das... Scheiße, komm zurück, Baum. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jawohl. Ich sehe gerade, wir haben fünf Leben, ey. Weil wir wahrscheinlich auf Anfanger spielen. Wie viel? Oh Mann, wo ist denn das Bäumchen? Oh Mann, ich bin so ein Kill. Das Ding schafft? Ja. Aber ich bin auch immer gestorbt. Ah, jawohl. Was denn? Wo ist denn der so schnell? Da habe ich den Tipp geben, mache ich aber nicht. Weil ich jetzt mal gucken soll, ne? Nein. Ich bin natürlich auch Spaß. Oh, da ist ein Hell. Ich habe ein Hellf-Upgrade gefunden. Glaube ich, oder? Glaube ich. Oder hatte ich schon immer so viel Hellf. Aufgrade. So, dieser Baum bringt mich zum Schotter. Achso, das ist noch gar nicht der richtige Baum. Das war nur der Vorbaum. Du bist schon an dem Baum vorbei, doch doch? Ne, es gibt ja mehrere Bäume. Mehrere Baum. Das ist voll spannend, weil das hier die Entscheidung sein könnte. Ich habe ein bisschen Angst. Du hast doch geübt. Du hast auch geübt, Diggi. Wieso? Du hast... Ja, weiß ich nicht, wieso du das machst. Das ist für unfair. Wieso habe ich denn geübt? Oh shit. Bats, Bats, Bats. Das wäre der Tipp, den ich dir geben wollte, weil das Feuer reinhaut. Bats, 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 Bats. Bats, Bats. Gewonnen. So, wo bist du denn schon? Wo das sieht aber alles. Sieht aber ein bisschen gefährlich aus bei dir, wo du gerade bist. Bats, Bats. Ja, habe ich denn jetzt mehr Helfer als du? Doch, ich habe mehr Helfer. Na toll, du hast das gefunden. Da sind ja zwei Bäume gewesen. Beim ersten Baum unten links. Du machst ja auch noch den Exploration, Mann. Ja, es war einfach nur, als ich gestorben bin, bin ich da fast gesporn. Hier gibt es ja ein bisschen ekelge Gegner, ne? Bin ich sofort tot, wenn ich so ein Stachel lande, ich glaube, weil die Cave hier ist übelst schwer. Da geht es nicht mehr. Ich erinnere mich, wir haben ja mal ActRacer 2, Gellet's Plate, guckt euch das an. Das war eine UWD. Das war eine UWD. Aber das ging irgendwie 50 Minuten oder also. Weil wir noch hier das irgendwie gefühlt in unserem Leben wiederbekommen haben. Ja, aber das hat Spaß gemacht. Da waren wir gut, ich fand ich. Oh, oh, nein. Nein, das ist so ein, weißt du was, Fick-Schnitzel. Ich habe auch gerade, oh shit, umschlafen. Wo geht es denn lang, rechts oder hoch? Hochrechts. Oh, ja, natürlich kann der werfen. Oh, ja, er schmeißt nochmal. Ich wünschte, ich hätte dieses Spiel nicht ausgewählt. Das war ja meine Idee. Warum mache ich denn sowas? Frage ist, wie weit ist es so? Und ich bin gerade ab, im Bild von daher ist es völlig irrelevant, wo ich bin. Irrelevant. Ich glaube, ich muss den Kontext von vorne machen. Ich habe ein bisschen Panik, ehrlich jetzt. Warum denn? Du bist ja schreitend dabei. Stubb. Ah, machen Sie das nicht, Mr. Krabs? Ist ja auch gut. Oh. Ah. Ich bin in die Stachel seitlich reingelaufen und bin tot. Oh. Sehr gut. Weiter so padt. Ah. Nein. Er hat mich genussferkelt. Getee beutelt. Ey, ist das euer Ernst? Ja, Mann. Bei wem war es mal ein Skelettritter? Was? Welches Skelettritter? Waste weiter als ich? Skelettritter? Bei dieser Skelett-Echsen-Dinoman oder was? Mit dem Schwert? Skelett-Echsen-Dinoman mit dem Schwert? Verarscht du mich jetzt gerade? Nee, ich habe keine Ahnung. Leute, verarscht er mich? Verarscht er euch? Bist du ja am Anfang rechtser, linkser gegangen? Hä? Es ging links lang. Es ging immer links lang. Ich habe voll Probleme mit der Steuerung, dass er hier so ultra agil ist, muss ich mal sagen. Weil ein ActRacer 2 ist das ja komplett nicht. Ich habe voll Probleme mit allem. Oh nein. Oh padt. Das darf nicht das Ende sein. Wieso? Ja, weil denn habe ich verloren. Bestehst du? Ach so. Weißt du, was ist richtig schlimm wird in der Stage? Der Endboss, den kenne ich nämlich noch. Ich dachte, wir gehen hier voll unbelastet, Alter. Was ist voll ihr erfahren? Ah, ich habe einen Helfer-Upgrade gefunden. Ich bringe mir noch nichts. Ah ja, ich habe den Echsen-Dinoman gefunden. Der hat mich auch weggezogen. Der hat mich gewohntet. Aber du kannst auch am Anfang halt links bei den Plättchen hochgehen und dann landest du ganz woanders irgendwie. Weißt du halt nicht, ob das der sexigere Weg ist? Wenn wir beide jetzt sterben beim Echsen-Dino. Der hat dann gewonnen. Ich habe ihn durch. Wie, du hast ihn durch? Du hast ihn besiegt, oder was? Ach komm. Alter. Du hast ihn nicht besiegt. Ey, wir spielen doch auf Anfanger. Davon mehr gehen nichts. Nö. Auf Anfanger ist wahrscheinlich einfach nur, dass du mehr Leben hast. Was war in dieser Unsinn? Du bist nur so gut. Hä? Ich habe nur noch ein Leben, Junge. Ja, aber. Schöne mal dein Leben. Du kannst weiter als echt. Das ist ja viel wichtiger. Oh, chill mal dein Leben, sagst du. Oh, ich wollte noch. Ich mache nur Scheiße, Scheiße, Scheiße. Es ist so ein Mist. Es ist so schwer. Halt echt. Gibt es Menschen, die das durch? Nein. Es gibt Menschen, die spielen das vor allem auch noch Ding ins Bummens Kirchen. Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich spiele das richtig Ding ins Bummens. Ja. Und auch Kirchen. Das ist schon hart jetzt. HAAA! Und dann geht es hier runter. Oder wie? Dann geht es da auch nochmal runter. Was macht der? Du brauchst jetzt schon beim Dinoman. Irgendwann schon mal, ja. Also kommst du da jetzt wieder hin oder warst du noch? Ich komme da, glaube ich, wieder hin. Ich gehe gerade einen anderen Weg. Bin oben langgegangen. Düsnäß? Hab ihn besiegt, du. One-Hit, ne? Spielende. Warte. Ich bin jetzt hier. Ich habe den Dinoman besiegt, bin durch die Tür. Ich war weiter. Du warst weiter. Okay. Ich bin wirklich komplett von vorne, ne? Aber du hast ja hier, ne? Eine Continuette. Ich habe keinen Bock auf noch eine Runde pvp. Tschüss. Ich spring da auch rein. Deine Hälftearbeitung aus Level 1 behalten? Ja. Echt? Ja. Das schießt doch, oder? Okay, das schießt wirklich. Beziehungsweise, das kotzt. Wirkt irgendwie scheiße. Das ist doch so ein Müll. Entschuldigen Sie bitte. Müll. Das war richtig bescheiden. Wenn da eins steht, habe ich dann noch ein Leben oder bin ich dann tot? Guck mal, wie fies ist denn das? Ah, ich kann den Treffen von hier. Äußerst. Äußerst. Höh. Hilfbar Tender. Hä. Ah, jetzt ist die Hörsnotik. Voll die Werbeleck. Werbtender. Werbtender. Oh Gott. Bist du hier ganz nach oben gekommen? Ähm, ich meine ja. Ah, Pool. You will buy these things. You will buy these things. Das ist, das ist einfach nicht lustig. Chips frisch. What? Du bist hier ganz nach oben gekommen, echt? Ja, ich glaube schon. Das ist doch tedious. Oh. Ich habe es auch geschafft. Was hast du denn das alles gemacht? Oh, ich habe mir helft. Oh, fuck you. Okay, jetzt bist du weiter. Ich bin weiter? Ja. Ha. Oh, guck mal, es ist die Treppe zu Dracula. Doktor Akula. Oh nein, Boss Fight, das war es jetzt. Ja, guck dir das ist echt wichtig. Oh, la. Ach, natürlich, der schmeißt auch noch die fucking Axt. Kommt ihr auch zurück? Nein, ich hafte ihn nicht. Ich sage doch, der ist... Dann müssen wir, wenn du auch bis zu dem kommst, ne? Dann müssen wir kontrollieren, wer ihm mehr Schaden gemacht hat. Oh, shit. Hast du einen Schaden gemacht? Ein bisschen, ja. Fast die Hälfte. Das sieht gut aus, was du da machst, ne? Als hättest du deinen Lebtag nichts anderes getan. Ja, nur im Unterschied, dass ich mir zwei Leben verloren habe. Es gibt auf der Map zwei Sterne. Das ist der Trick. Und ich habe vorhin einfach beide Sterne benutzt und dann war da Instantot. Ich habe einmal Feuer gefunden und einmal Stern. Wer hält der dann beides oder tauscht das dann austauschen aus? Oh, das ist ja scheiße. Oh, Anfänger, ne? Ja. Okay, Leute, es bleibt spannend. Aktuell bin ich der Führende. Das kann sich doch jederzeit ändern. Weil Patent wird ja auch besser. Oh, das macht so viel Schaden. Du hast ja eben mit allem erwischt eben. Oh, nice. Sorry, ich war gerade bei dir jetzt gespannt. Sehr dumm, das Bild. Ich habe mich auch konzertieren. Konsternieren. Bis du direkt sagst. Ich sehe schon, kommt PvP-Staff 1 geht in die fünfte Runde. Naja, noch ist Hopfen und Malz noch nicht ausgetrunken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du wieder bist. Man, er dreht sich einfach nicht um. Was mache ich tun? Oh, du bist doof. Hast du das auch schon ein paar Mal gehabt, dass er sich einfach nicht umdreht? Ja, das ist ein bisschen verzögert. Ist das falsche Wort, aber langsam. Mal gucken, was einem das Ding hier bringt. Geh mal zurück. Was ist hier rechts? Ich habe ein anderes Health Upgrade noch gefunden. Ich bin hier voll im Explore Mode. Ich spiele es heute noch durch. PV Let's Play. PV Let's Play. Es wird hier noch ein bisschen duster, oder? Meinst du jetzt hier in der Wohnung? Ja. Vielleicht regnet es wieder. Werden wir heute schon den Sturm in Sturm. Den Sturm der Leidenschaft. Das ist der Sturm der Leidenschaft. Wow, wow, wow. Ist das so was wie ein Spielbuch? Mal, jetzt bin ich voll ab. Das ist natürlich Kacke, wenn man es wirklich gleichzeitig macht. Niko, lass mal PvP machen, verstehst du? Sport Spiel. Ist das mein Ernst? Das ist doch behindert! Nein, ne Roller! er ist so hart oder der hat den zauber ins nichts geschossen das war kacke hat kacko was ist denn das hier die bälle da ist weil sie nicht in sektors haben dass sie jetzt wieder hier hänge dass das regt mich so auf wir waren schon so weit nach du bist wieder da genau spieler oder einem kacktansch ich empfehle dir den weg oben lang zu gehen ich gehe hier die ganze zeit um nein also links oben also du bist schon da ich weiß nicht was von links oben du da meinen das zeige ich dir nachher ich zeige ihn mir wenn du so kommst du springst frisch in dem bild und kriegst direkt ein projektil ja aber ich bin halt ein boss hinter der das finde ich so dumm diese stelle mit diesem langsam kugeln die dieser auskücken das ist einfach nicht cool das ist so jetzt bin ich auch im dungeon ich habe überhaupt keine keine ahnung wie der bus funktioniert was von pettern der hat soll ich dir das sagen ich habe gerade festgestellt dass man von diesen da sind doch diese kleinen startung immer diese feuerwelle spucken du kannst die feuerwelle von dem mit dem schwer zerschlagen ja das weiß ich und nur weil ich das weiß heißt es ja nicht dass ich das hinkriege so ich habe kein zauber klingt gar nichts ich meine ich ein leben das nehmen was ich denke was denn diese schaden macht er denn ist das ein insta ich sehe es nicht ich habe keine augen also ich habe meine augen ich habe keine augen wenn wir nicht hören meine augen sind zu vor heutiger hast du denn noch vor heute gefällt mir hat er gefällt das das ist hart das ist wirklich ja finster ich habe ich habe angst dass ich nicht mehr zu dem boss kommen und ich habe gesehen wie viel schaden ihm gemacht das was ihm stück mehr gemacht hat das kann man so viel kann ich bist du noch nicht mit zauberer ich hatte kein zauber heihran 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 du ist so hammer hei genug jetzt mit diesen faxen junger mann mit den faxen aber das hat ein bisschen gedauern Ich glaube, diesmal komme ich gut durch. Oh, Mann, 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 Mann. Yes! Hab ihn weggekrebelt. Ich glaube, wenn man gut ist, behält man einfach den Zauber. Schei! Und macht damit nicht den Skeletti. Ja, wenn man gut ist. Ja, aber ich brauche auf jeden Fall den Zauber für den Skeletti, sonst schaffe ich das nicht. Oh, du bist... G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! G-G-G-G-G-G-G-G-G? Ah, ah, Mann, ich schaue nur beiesser, Alter. So. der timer auch der macht das ist der kommt eine scheiß kugel manchmal ist hart die kommt völlig wenn man runter gedroppt das ist auch behindert wollen dass die raupe da schon wieder gespawnt ist er kommt jetzt ja jetzt kommt die kugel die warten fünf stunden das ist nicht lustig die fresse jetzt also sagst du dass wir für den zukunftspartner zukunftspartner aufnahmen man da will drängen drängen es liegt einfach daran der welt beim boss besser ich hab so ich hab so schiss in die höhere aber ist ja nein was da keine pause hier aber wie hast du das denn geschafft du hast noch drei drei geschafft der gab es los was was los ist ja das ist denn das sieht voll hübsch aus mit dem mond und die exe und die geno das tod wie weit bist du gekommen wie weit bist du gekommen wie weit bist du gekommen muss jetzt bei mir vergleichen kann man nicht runter springen ich wurde gerade übelst böse überrascht aber du hast halt noch die drei level was ist das denn was soll das sein mit drachenmade aber sie sind das was ist denn wo warte hier war es auf jeden fall wieso hast du den boss auf einmal fürs frei gemacht weil ich halt einfach für gut bin ich habe es jetzt ebenso gedacht spiel scheiße oder spiel ich gut und dann habe ich mich für gut entschieden bewusst ich wusste dass das unterfällt echt ich bin weiter als wir spielende spiel ja wie finden wir das ok gewinner als das pvp 4 die kamera schon die kamera leiten teilen bis schulden abonnieren und so den scheiß und freut euch auf part 5 und nach part 5 kommt die pat strafung die pat strafung genau oder ist es die padel strafung wir werden sehen auf jeden fall videos und ende wie die wende tschüss tschüss tschüss